Das Internet kocht, wir müssen reden. Hi Leute, heute spreche ich mit euch über Henrik Stoltenberg. Ich glaube tatsächlich, das ist kein Thema, das viele Leute großartig interessiert, aber mich interessiert, sondern es ist mein Kanal, okay? Ja, also wir sprechen mal über Henrik Stoltenberg, denn vielleicht, oder mit Sicherheit habt ihr es mitbekommen, er ist ja bei RTL komplett rausgeflogen, nachdem es einen gewissen Vorfall mit ihm gab. Da ist er alkoholisiert irgendwie durch die Straßen gezogen und hat ziemlich miese Sachen durch die Gegend gerufen. Und ja, mit seinen Aussagen gegen Menschengruppen gehetzt. Und das kann man so auch formulieren, denn er wurde nun auch dafür verurteilt. Er muss, glaube ich, 15.000 Euro Strafe zahlen. Er ist jetzt auch offiziell vorbestraft in Deutschland. Er meinte aber auch in seinem Statement, was ihr gleich alles sehen werdet, er ist ins Ausland gegangen. Er hat ein sehr langes Statement zu dem Ganzen gepostet, sowohl in Text als auch in Videoform. Das in Videoform werde ich wahrscheinlich euch hier irgendwie gekürzt reinmachen, weil es ist, ich habe nachgeschaut, fast neun Minuten lang. Wenn wir jetzt einfach einen neun Minuten langen Clip abspielen, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, to be honest. Aber die Sache ist halt auch, dadurch, dass er auch so viel Text gepostet hat, werde ich das bereits kommentieren. Und dann kann ich nicht nochmal den Clip neu kommentieren, weil es ist ja dann schon an dem Punkt alles gesagt. Aber ich will euch das natürlich nicht vorenthalten und will euch da seine Worte zeigen und werde euch da sicher irgendwie dann einen Ausschnitt von auch noch mitgeben. Ich persönlich finde, man merkt in seinem Statement sehr, sehr stark, dass da in meinen Augen, in seinem Kopf nicht viel passiert ist. Er sieht nämlich deutlich die Schuld bei allen anderen und alles wäre so schlimm und alles ist so scheiße und alle sind so böse zu ihm und solche Sachen. Er sagt dann so beschwichtigende Dinge mit drinnen, ja, aber trotzdem weiß er viel von sich. Er spielt auch seine Aussagen sehr krass herab. Er spricht die ganze Zeit davon, das K-Wort verwendet zu haben. Aber wenn man reinschaut, worum es eigentlich ging, welche Aussage da mit dem K-Wort fiel, dann war das, dass man dieser Menschengruppe allen den Hals abschneiden sollte. Das ist noch sehr viel krasser, als einfach das K-Wort zu benutzen. Allein schon diese eine Tatsache zeigt mir halt einfach, dass dieser Mensch, glaube ich, ja, einfach die Schuld bei allen anderen sieht und nicht so wirklich bei sich. Dann, was gab es noch? Ach ja, es gab ja noch diese andere Parole. Ich weiß nicht, wie ich das auf YouTube so sagen kann, aber ihr wisst ja, worum es geht in dem Fall. Und er meinte, die hätte er gar nicht gerufen. Das wäre jemand anderes aus seiner Wohnung gewesen. Das wurde ihm halt einfach zugerechnet. Vor Gericht hat er das aber gestanden, dass er das wäre. Jetzt im Nachhinein meinte er aber so, ja, er hat es einfach gestanden, aber eigentlich war es gar nicht. Was jetzt am Ende stimmt, keine Ahnung, aber selbst wenn er diese Parole nicht gerufen hat, hat er immer noch die andere Aussage getätigt. Also, mein Mitleid hält sich stark in Grenzen und jetzt seht ihr auch gleich, warum. Also, das Urteil wurde verkündet. Es ging durch die Medien und daraufhin hat er ein Statement gepostet. Hier meinte er, liebe Leute, viele von euch haben mich gefragt, wie es mir geht. Vielen Dank dafür. Mir geht es gut. Seit mittlerweile sieben Monaten lebe ich inzwischen im Ausland. Ich habe gerade ein Studium begonnen, lebe bewusster, gesund und mache viel Sport. Vor allem habe ich Körper und Kopf entgiftet. In den vorausgegangenen zehn oder zwölf Jahren habe ich viel zu oft und zu viel Alkohol getrunken und mir damit sehr geschadet. Früh schon wurde bei mir ein schwerer Fall von ADHS festgestellt und man weiß inzwischen, dass dies in Verbindung mit Alkohol üble Folgen haben kann. Weder ein Studium noch eine Ausbildung habe ich durchgehalten. Mir fehlte die Konzentration und der Wille. Jetzt wird es besser. In Deutschland bin ich nur noch selten. Der Gang in die Öffentlichkeit war ein Fehler. Leider habe ich zu wenig auf gute Ratgeber gehört. Man sollte nur in der Öffentlichkeit stehen, wenn man makellos ist. Ansonsten wird man gnadenlos zerlegt. Seht ihr, und hier fängt dieses Selbstmitleid-Ding ja schon mal an. Das stimmt überhaupt nicht. So viele Leute stehen in der Öffentlichkeit und sind nicht makellos. Niemand in der Öffentlichkeit, weil niemand makellos ist, ist makellos. Wir alle, die in der Öffentlichkeit stehen, kriegen unsere Shitstorms und Kritiken und was weiß ich ab und Beleidigungen und Drohungen und was weiß ich. Das gehört dazu. Heißt nicht, dass es richtig ist. Kritik und so schon, aber die ausufernden Dinge nicht. Aber es ist halt Teil. Und das machen alle durch. Und es geht nicht darum, makellos zu sein. Es geht aber darum, wenn man mit Fehlern konfrontiert wird und halt auch sieht, okay, das ist wirklich ein Fehler meinerseits gewesen, das dann halt anzunehmen und zu bessern. Das heißt nicht, dass man jede Kritik annehmen muss, weil manches ist vielleicht auch einfach Schwachsinn. Aber in dem Fall würde es jetzt nicht unbedingt zu Schwachsinn zuordnen. Aber es geht nicht darum, makellos zu sein, weil niemand ist makellos. Naja, und natürlich habe ich Fehler gemacht. Zu viel Alkohol, zu viele falsche Freunde und auch zu viele Frauen, die häufig nur Fame aus waren. Seht ihr? Und er sagt so, ja, das ist schuld gewesen und das ADHS ist schuld und der Alkohol ist schuld und welche Frauen sind schuld und falsche Freunde sind schuld. Und ich hatte keine guten Ratgeber. Das ist auch so ein Problem und so. Aber ja, dein Umfeld beeinflusst sehr stark, wie du bist, wie du dich gibst. Aber man kann sich nach so einem Urteil nicht hinstellen und sagen so, die ganze Welt ist böse und ich war das Opfer. Mittlerweile weiß ich auch, dass man keine fremden Menschen in sein Schlafzimmer lassen sollte. Das kann nach hinten losgehen. Dann meinte er, es gibt zu viel Neid und Hass in unserer Gesellschaft. Unzählige Male bin ich überfallen und bedrängt worden. Mal mit Waffen, mal ohne. Ihr habt das ja mitbekommen. Klassischer Spruch. Na, Schlonzo, du hast doch Kohle. Rück mal was raus. Geholfen hat mir nie jemand. Was mich sehr belastet, sind die auch öffentlichen Verurteilungen. Ihr wollt wissen, wofür man denn so verurteilt wird. Ich sag's euch. Wie gesagt, das hier ist gerade sein Statement zu dem Urteil nach auch seinem Geständnis. Es wurde ja dann auch jetzt nochmal versucht, gegen das Urteil irgendwie oder das nochmal zu kippen oder in Revision zu geben oder irgendwie sowas. Aber nach kurzer Zeit hat sein Anwalt da einfach den Antrag wieder zurückgezogen. Jetzt spricht er über den Abend. Und weiterhin sind alle anderen schuld. Wenn man nachts als betrunken überfallen und ausgeraubt wird von ausländischen Mitbürgern und das zugegebenermaßen sehr unpassende und unrichtige K-Wort ruft in einer leeren Gasse, in der sich nur Polizisten aufhalten, dann ist man ein Volksverhetzer. Bitte merken. Seht ihr so richtig trotzig, Rotzbängel. Und wie gesagt, er hat nicht einfach nur das K-Wort gerufen. Da meint er hier zweitens, wenn man eine große Party schmeißt, irgendein Depp besoffen aus dem Fenster, eine Nazi-Parole schreit und Personen auf der Straße dies mir zuordnen, weil ich blöderweise auch mit am Fenster stand. Es ist einfach so lächerlich und traurig, dass mir jetzt deshalb rechtes Denken nachgesagt wurde. Weiß nicht. Also wenn jetzt ein Typ sich hinstellen würde und sagen würde, Frauen sollte man einen in den Hals, dann würde ich auch sagen so, naja, das ist schon frauenfeindlich zum Beispiel. Um vielleicht Menschen, die sich bei ausländischen Leuten nicht hineinversetzen können, aus irgendwelchen weirden Gründen mal ein Beispiel zu geben. Meine unzähligen Freunde und Bekannten aus allen Kulturkreisen und Glaubensrichtungen wissen es zum Glück besser, aber Leute, die einen nicht kennen, hören wohl lieber auf die Ankläger. Ich sage es wortwörtlich, wie es hier so steht. Ist man dann erst einmal verurteilt, wird, ist man total erledigt. Ich habe keine Einnahmen mehr und die Anwalts- und Gerichtskosten ruinieren mich. Ich lebe bei meinen Eltern, Verwandten und Freunden, weil ich mir eine eigene Wohnung nicht mehr leisten kann. Nicht jeder, der bekannt ist, hat auch Geld, hat sich wohl noch nicht rumgesprochen. Dies an all jene, die mich ebenfalls abkassieren wollen. Ich habe nichts mehr, sucht euch jemand anderen. Ja, er hat ja sehr viel so Reality und so ein Zeug als Basis für seinen Lebensunterhalt benutzt. Und RTL hat ja gesagt, bei denen ist er raus. Den werden sie dann nicht mehr irgendwo im Programm führen. Das heißt, da sind schon mal keine Einnahmen mehr. Instagram-Placements, nach so einer Sache, sind auch schwer. Aber wer weiß, vielleicht braucht Melanie Müller mal Promo für ein Konzert. Dann kann sie ihn da buchen für ein paar Storys. Ja, ich will mich nicht beschweren. Jeder muss für seine Fehler zahlen. Ich will mich nicht beschweren. Leute, wie viele Seiten-Statement waren es jetzt? Sechs? Er hat bisher nichts anderes getan, als sich zu beschweren. Aber okay. Jeder muss für seine Fehler zahlen und ich bin nicht böse auf die, die mich verurteilt haben. Fest steht, dass meine berufliche und private Existenz in Deutschland zerstört ist. Die dafür mitverantwortlichen sollen das mit ihrem eigenen Gewissen abmachen. Wie ihr seht, auch hier wieder, komplett seine eigene Schuld wird auf alle anderen verwiesen. Auf alle anderen. Mit allem. Egal, worum es geht. Also, ich frage mich, von welcher Entwicklung er in seinem Kopf spricht. War es noch schlimmer als das, dass das jetzt die gebesserte Version ist? Ich konzentriere mich jetzt auf die echten und wichtigen Dinge. Ich bin sehr dankbar für das Leben, die Liebe, die Gesundheit meiner Freunde und für meine Familie. Denjenigen von euch, die mich durchgehend unterstützt haben, danke ich ganz besonders. Euer Henrik. Ja, das hier ist sein, in meinen Augen, katastrophale Statement. Und was ich spannend finde, ist, dass er doch so ein Politikersöhnchen ist, ne? Kommt er aus so einer Familie? Ich dachte irgendwie, die wären besser in öffentlicher Kommunikation. Klar, er ist jetzt in keiner politischen Laufbahn gewesen oder so, aber er hat ja trotzdem seinen familiären Kreis. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass da nicht jemand mal drüber geschaut hat und meinte so, hey du, falls du noch was retten willst, dann musst du das ein bisschen anders formulieren, als das, so ziemlich alles, wäre besser gewesen als das, außer er hätte jetzt einfach seine Aussagen nochmal wiederholt. Das wäre tatsächlich schlimmer gewesen. Ich zeige euch jetzt auch nochmal einen Ausschnitt aus seinem Video-Statement, aber das ist unterm Strich dasselbe in blau und ja, ich weiß auch nicht, warum er beides gepostet hat. Vielleicht, um seine Emotionen zu zeigen, weil er wird dann auch emotional, also er ist schon sehr gefrustet, aber das hat man an dem Text ja auch schon gemerkt. Wurde von vier ausländischen Mitbürgern überfallen, abgezogen, Uhr geklaut, Geld rausgerückt, ist übrigens nicht das erste Mal vorgekommen. Ich war so traurig, so enttäuscht, so sauer, habe auf dem Nachhauseweg dann das sehr unpassende und unschöne Carboard auf der Straße rumgeschrien. Ich bin da ja, war einfach außer mir emotional und just natürlich, ich habe da beim Zylpi gewohnt, Flamingo ist da ungefähr höher, Rudolfplatz, waren Polizisten dann in dieser Straße und haben das gehört, haben mich erkannt und haben mich der Volksverhetzung angeklagt. Das war der erste Vorfall, du wirst dementiert, du wirst einfach auseinandergenommen und diese Arsgeie, die suchen jeden kleinen Fehler, um dich komplett einfach so Maß zu nehmen und keiner kennt wirklich so teilweise die Wahrheit oder die Geschichte und auf der anderen Seite hat dieser schreckliche Vorfall mir auch einen guten Weg geebnet, da ich seitdem halt ja, viele Dinge anders mache. Boah. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe viel überdacht in meinem Leben, ich bin seit über einem halben Jahr alkoholfrei komplett, es tut sehr gut, ich habe mein ganzes Verhalten überdacht und ja, auch natürlich habe ich super viele Fehler gemacht in meinem Leben, ja, ich war ein junger, naiver, dummer Junge, der irgendwie da auf einmal berühmt wurde in der Öffentlichkeit stand und viele falsche Entscheidungen getroffen hatte, ein sehr, sehr krasses, falsches Umfeld hatte, sehr naiver und nicht gesehen habe, was da teilweise abging. Und ja, ich verstehe das, das ist wirklich sicher ein grausames Gefühl zu wissen, ich hatte mir hier eine Laufbahn erarbeitet, die jetzt komplett weg ist, weil ich ziemliche Scheiße gebaut habe, aber es sind halt nicht einfach alle anderen schuld und das Leben ist so böse zu ihm, sondern es ist halt auch seine Scheiße, die er da gebaut hat und das war halt keine Kleinigkeit, ne? So viel dazu, was denkt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir eure Meinung jetzt gerne unten in die Kommentare, ich werde gleich darunter kommen und ganz gerne nachschauen, ob ihr das auch wirklich getan habt. seid bitte freundlich zueinander und ja, also was ich zu dem Ganzen sage, habe ich jetzt mehr als ausführlich dargelegt und ich bin tatsächlich ein bisschen verwundert darüber. Also das, was ich vorhin meinte mit er ist doch in so einer Politikerfamilie groß geworden, ich dachte, da wäre einfach eine bessere öffentliche Kommunikation, das habe ich schon sehr ernst gemeint. Also mich wundert das wirklich, mich beschäftigt das echt so ein bisschen, warum niemand irgendwie mal gesagt hat, so du, du postest jetzt ein Statement, lass mich da mal drüber schauen oder hey, formulieren wir das nochmal um oder er würde bei RTL und Co. wahrscheinlich erstmal eine ganze Weile nicht reinkommen, ja, das ist durchaus vorbei, aber Leute, wenn wir uns so anschauen, was teilweise für Leute eine Plattform hier im deutschen Fernsehen bekommen, du kannst schon sehr viel Scheiße bauen und und trotzdem sehr viel Geld weiterhin in Deutschland verdienen, ja, wir sind kein Land, das da so wirklich konsequent mit solchen Dingen umgeht. Klar gibt es mal auch größere Shitstorms, die auch eine längere Pause von irgendeiner Person dann zur Folge haben oder so, aber wenn jemand wirklich will, könnte eigentlich so ziemlich jeder irgendwie wieder zurückfinden. Ich meine, wir haben ja teilweise Reality-Formate, die im Ausland gedreht werden, wo dann Leute, die nicht mal nach Deutschland einreisen dürfen, weil sie so viel Kacke am Dampfen haben, dann gebucht werden, um mitzumachen. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, ich schätze, wäre das irgendwie anders jetzt abgelaufen, hätte da vielleicht noch was machen können, aber vielleicht will er auch gar nicht zurück, vielleicht sollte er auch gar nicht zurück, vielleicht erlaubt man es ihm auch gar nicht zurückzugehen, also so aus dem familiären Kreis oder so und ganz ehrlich, die ganze Szene scheint ihm ja auch wirklich nicht gut getan zu haben, auch lange vor diesem Vorfall haben ja schon viele Leute gesagt, so mein Gott, was für ein Arsch, der ist unaushaltbar und da 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 da, ne? der Ruf war ja dann Stück für Stück davor auch schon irgendwie so ein bisschen den Bach runter. Vielleicht war es halt, vielleicht ist es auch einfach das Beste so, ne? Also am Ende des Tages hat er wirklich scheiße gebaut, ich finde es echt schwach, so sein Statement. Trotzdem kann man ja einem Menschen wünschen, einen für sich guten Lebensweg zu finden. Und am Ende des Tages, die Öffentlichkeit ist, glaube ich, für keinen Menschen gut. Manche sind wahrscheinlich empfänglicher als andere für den Schaden, den das irgendwie in deiner Psyche anrichtet, aber dieses Leben in der Öffentlichkeit ist einfach so fucking unnatürlich für die menschliche Psyche. Für keinen Menschen ist das gesund, ne? Ja, aber das wäre ein anderes Gespräch, das ich da jetzt anfangen würde. Vielleicht mal an einem anderen Tag. Soviel dazu. Bye.